Ich gehe jetzt ins Kino. Warum guckst du dann so traurig mir? Mein Bauch tut weh. Musst du auf Klo? Ich kann es mal probieren. Hoffentlich ist es nichts Schlimmes. Es tut so weh. Ich muss mich beeilen. Wir treffen uns gleich vor dem Kino. Fünf Minuten später. Mein Bauch tut immer noch weh. Ich muss jetzt aber losgehen, sonst komme ich zu spät. Hat die Toilette geholfen, Schatz? Nein, ich habe starke Schmerzen. Solltest du nicht zu Hause bleiben? Nein, wir wollen unbedingt den Film gucken. Okay, soll ich dich fahren? Nein, ich treffe mich mit Maria an der Bushaltestelle. Na gut, dann viel Spaß, mein Schatz. Danke, Papa. Hoffentlich geht das gut. Was ist los, mir? Mein Bauch tut weh. Woran liegt das? Ich weiß nicht, es nervt. Hoffentlich gehen deine Schmerzen gleich weg. Das hoffe ich auch. Da kommt der Bus. Wir können uns hier hinsetzen. Ja, gerne. Wer kommt eigentlich alles mit ins Kino? Wer kommt eigentlich alles mit ins Kino? Nico und Nora kommen mit ins Kino. Warum kommt Nora? Sie ärgert mich immer. Warum kommt Nora? Sie ärgert mich immer. Nora hat versprochen, dass sie sich benimmt. Und warum kommt Nico? Er ist mein Ex-Freund. Und warum kommt Nico? Er ist mein Ex-Freund. Ich glaube, er möchte sich bei dir entschuldigen. Ich glaube, er möchte sich bei dir entschuldigen. Nico hat mein Herz gebrochen. Ich bin gespannt, was er sagen wird. Nico hat mein Herz gebrochen. Ich bin gespannt, was er sagen wird. Ich bin auch gespannt. Tut dein Bauch eigentlich noch weh? Tut dein Bauch eigentlich noch weh? Ja, leider. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, leider. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht musst du pupsen. Vielleicht musst du pupsen. Ich muss aber gerade nicht pupsen. Warum kommst du mit, wenn du Schmerzen hast? Warum kommst du mit, wenn du Schmerzen hast? Ich will unbedingt den Film sehen. Deshalb komme ich mit. Ich will unbedingt den Film sehen. Deshalb komme ich mit. Welchen Film schauen wir uns eigentlich an? Welchen Film schauen wir uns eigentlich an? Der Film heißt Harry, der Zauberer. Wir sind jetzt da. An der nächsten Station müssen wir aussteigen. Wir sind jetzt da. An der nächsten Station müssen wir aussteigen. Drück auf den Knopf. Ja, mache ich. Meine Schmerzen werden immer schlimmer. Meine Schmerzen werden immer schlimmer. Komm, lass uns aussteigen. Ja, ich komme. Das Kino ist in dieser Richtung. Lass uns gehen. Hallo, Nico und Nora. Hallo. Hallo. Seid ihr zusammen hergekommen? Ja, wir haben ein Date. Ich verstehe. Lass uns reingehen. Der Film beginnt gleich. Vier Tickets für Harry, der Zauberer, bitte. Vier Tickets für Harry, der Zauberer, bitte. Bezahlt ihr getrennt? Ja. Ich bezahle für mich und Nora. Das war klar. Alles klar. Ein Ticket kostet 11,90 Euro. Ganz schön teuer. Ja, alles wird teurer. Na gut. Das ist doch günstig. Du bist so ein Angeber, Nico. Viel Spaß beim Film. Danke. Will jemand etwas kaufen? Ich habe Angst, dass meine Bauchschmerzen noch schlimmer werden. Ich habe Angst, dass meine Bauchschmerzen noch schlimmer werden. Ich habe aber Lust auf Popcorn. Willst du Popcorn, Nora? Ja, kaufst du uns welches? Natürlich mache ich das. Okay, dann kaufen wir alle Popcorn. Cola können wir auch kaufen. Ja, Cola ist auch. Gut. Hast du keine Angst wegen deiner Bauchschmerzen? Hast du keine Angst wegen deiner Bauchschmerzen? Doch, aber es wird schon gut gehen. Na gut. Hast du Bauchschmerzen, Mia? Ja, leider. Ich wünsche dir eine gute Besserung. Danke, Nico. Das ist nett von dir. Stell dich nicht so an, Mia. Sei leise, Nora. Lass Mia in Ruhe. Beruhigt euch. Lass uns die Sachen kaufen und dann in den Kinosaal gehen. Beruhigt euch. Lass uns die Sachen kaufen und dann in den Kinosaal gehen. Nico hat recht. Zehn Minuten später. Endlich sind wir im Kinosaal. Der Film beginnt gleich. Hoffentlich ist der Film gut. Mein Bauch tut unglaublich weh. Mein Bauch tut unglaublich weh. Vielleicht hilft die Cola bei den Schmerzen. Der Film beginnt. Seid alle leise. Der Film beginnt. Seid alle leise. 20 Minuten später. Oh nein. Ich glaube, ich muss pupsen. Oh nein. Ich glaube, ich muss pupsen. Ich hätte die Cola nicht trinken sollen. Ich hätte die Cola nicht trinken sollen. Ich darf jetzt nicht pupsen. Das wäre zu peinlich. Ich darf jetzt nicht pupsen. Das wäre zu peinlich. Was ist los mit dir, Mia? Es ist nichts. Na gut. Ich halte es nicht mehr aus. Was mache ich denn jetzt bloß? Ich halte es nicht mehr aus. Was mache ich denn jetzt bloß? Ich könnte auf Toilette gehen, aber ich möchte den Film nicht verpassen. Ich könnte auf Toilette gehen, aber ich möchte den Film nicht verpassen. Ich muss versuchen ganz leise zu pupsen. Ich muss versuchen ganz leise zu pupsen. Dann hören die anderen es hoffentlich nicht. Dann hören die anderen es hoffentlich nicht. Jetzt oder nie? Oh nein. Das war zu laut. Wie eklig. Mia hat gepupst. Lass Mia in Ruhe. Das stinkt. Ich übergebe mich gleich. Das ist mir so peinlich. Stopp, Mia! Was ist denn? Hör nicht auf, Nora. Ich mache Schluss mit ihr. Wie bitte? Ernsthaft? Seid leise. Ihr nervt. Sei du leise! Sonst komme ich da gleich hoch zu dir. Du traust dich eh nicht. Beruhige dich, Nico. Mia, setz dich wieder hin. Nach dem Film werde ich dir etwas sagen. Na gut. Eine Stunde später. Machst du wirklich Schluss mit mir? Ja, du behandelst Mia schlecht. Das war doch nur Spaß. Mia hat aber geweint. Mia, willst du wieder meine Freundin sein? Ich will dich zurückhaben. Mia, willst du wieder meine Freundin sein? Ich will dich zurückhaben. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sag ja, ich liebe dich noch und mir ist egal, dass du gepupst hast. Sag ja, ich liebe dich noch und mir ist egal, dass du gepupst hast. Du hast mich aber betrogen. Das wird nie wieder passieren. Ich muss darüber nachdenken. Was ist hier gerade passiert? Das frage ich mich auch. Gebt einen Daumen hoch und klickt auf dieses Video, um noch mehr Deutsch zu lernen.